Christine Walter und Bea Hansen haben den Unfall leider nicht überlebt. Erinnert euch an eure letzte Begegnung. Vielleicht hat sie ja jemand gesehen. Lesser ich versuche selber Kontakt mit Walter aufzunehmen. Und wo ist Walter denn jetzt? Ich weiß nicht, wo eure Freundin Walter steckt. Aber im Reich der Toten ist sie nicht. Ich schwöre dir, Bea. Mann wird sterben.